Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minekraft Prison Alla mit Red zusammen. Nein, wieso tützt du die Hühner? Weil wir Essen brauchen. Och, Junge. Volksinitiative gegen die Hühner. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich neun Hühnerfleisch. Zehn. Oha. Okay, Leute, wir haben ja in der letzten Folge sehr viel Action erlebt, tatsächlich. Unter Tage. Schaut auf jeden Fall bei Red vorbei. Die Folge war relativ episch, ja. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen restocken, denn ich habe ja ein bisschen... Ah, ne, da ist ja noch ein Schild. Da müssen wir jetzt einfach... Wir haben ein bisschen Struggle gehabt, sowieso Essen. Habt ihr vielleicht gerade schon am Rande so ein bisschen mitbekommen. Wir haben Essensprobleme. Und das ist nicht so geil. Das ist gar nicht geil. Aber wir haben jetzt immer ein bisschen ein Hühnerfleisch. Das brät gerade in der Chest. Äh, ja. Hä? Das hast du mir warum kommentiert? Nein, ich habe alle... Hast du nur Zäune per Zufall in deinem Inventar? Nö. Och, ich habe alle meine... Die hatte ich dir wieder gegeben, dann bist du reingerannt und gestorben. Och nein, die habe ich alle verloren. Ich habe auch meine 20 Level verloren, also. Hatten wir einen Erfolg jetzt? Ne, ne? Was können wir denn für Erfolge machen? Wir können ja mal gucken. Wir müssen eigentlich nur einmal Schienen bauen, damit wir diesen einen Schienenerfolg machen können. Und hier, Verzauberer, wie viele Dias haben wir? Drei. Und es sind zwei Dias. Da sind oben auf der Insel welche, aber da müssen wir einen Erfolg machen für. Aber ich habe eine Idee. Nö, ja. Ich habe einen Gigaplan. Ey, wir haben doch Netter unten. Achso, haben wir drei... Bau eine Netterspitze, dann können wir in den Netter und dann bekommen wir einen Volk. Ja, aber wir können auch nicht in den Netter. Ja, wir können ja zumindest schon mal das Portal bauen. Aber und, der erfolgt sich noch nicht, oder? Doch, wir müssen noch tiefer. Ja, doch, doch, doch. Ja. Und wo willst du... Doch, wir haben sogar Obby, ne? Da, wo die Dias waren, ne? Mach das, ja, ja. Mach das hier oben. Ich frage es nur noch. Wir müssen erst mal Obby fahren. Obby, Alter. Der gute alte Obby. Ja, dann soll ich das machen? Nein. Du stirbst nämlich mit unserer Spitzhacke. Nein, ist die weg. Wow, guck dir das Ding an, was ich gelernt habe. Jetzt habe ich drei verschiedene Spitzhacken im Winter. Wow. Holz, Eisen, äh, Holz, wahrscheinlich Holz, äh, Stein, Eisen, die A. Ich bin so dumm, ich kann einfach Bruststeinmauer machen. Da brauche ich nicht wieder Holz fahren. Was ein Genius ich bin. Eigentlich bist du kein Genius. Ja, doch, ich finde schon. Nee, eigentlich nicht. Aber gut, ich gehe mal um unsere Obby fahren kurz. Aber es wäre vielleicht besser, wenn du mitkommst, ne? Falls da unten wieder Party ist. Ich höre nämlich schon wieder Leute. Och nein. Nicht schon wieder. Ich höre auf jeden Fall Spooky Sounds. Ja, die Fackeln hat es ja, oh mein Gott. Da hat ein Zombie ein verzaubertes Eisenschwert. Willst du mich flanken? Scheinbar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Sprengung. Peng. Oh Gott. Ist so viel noch, ne? Aua. Aua. Ich höre es. Aua. Hier sind so viele Zombies mit Eisenschwertern, ne? Pieper. Ich habe hier nur Explosionen, Alter. Ich habe alles geflext. Oh ne, da ist noch Zombie. An dem sterbe ich jetzt wahrscheinlich. Oh Gott, an dem sterbe ich jetzt wahrscheinlich. Oh, zwei Herzen. Oh, dahinten sind noch mehr. Hier kommen einfach die Creeper die Treppe hochgelaufen. Was soll'n der Spaß? Komm, haben wir so drei Creeper so hochgestappt. Ich denke mir so, what the fuck. Oh, mein Schild ist kaputt. Oh, jammer. Mein Schild war gerade noch neu. Ja, gerade. Jetzt nicht mehr, ne? Boah, ich habe den Creeper kaputt gemacht. Oh. Ey, wieso kommt denn hier schon wieder einer um die Ecke gerannt? Oh, ne. Das ist geil. Ich fahre, jetzt nimmst du mal auf. Jetzt höre ich das nämlich bei einer Folge. Wie muss ich das für dich anhören? Hier, wirklich. Ey, ey, ey. Hängen. Ich habe die ganze Zeit. Creeper. Aber nur das. Hier ist einfach alles weggesprengt. Wir müssen gar nichts mehr abbauen. Hier ist einfach alles gelöscht an Chunk. Ich habe Eisenschwert bekommen von dem einen Creeper. Äh, ja wahrscheinlich von dem Creeper. Von dem Creeper, Digga. Was sind Ehren, Mann? Der Ehrencreeper. Man kennt ihn. Ich komme mal kurz wieder hoch. Und nehme dich dann mit runter. Weil wir brauchen nämlich Fackeln. Weil die Fackeln hat es alle weggerissen. Und ich brauche mir ein neues Schild. Ein Schild hat dran glauben müssen. Aber ich bin nicht gestorben. Hey, ne? Alter. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie viele Monster das waren. Das waren mehr Monster, als wir sonst immer in den Höhlen hatten. Also die Monstersituation, die ist wirklich wild. Wir haben kein Holz. Ja, und die Bäume wachsen nicht. Ich weiß nicht, was die... Diese wachsen die Bäume nicht. Was erwartest du denn, wenn ein Baum genau neben dem Ding steht? Ja, aber wir haben ja noch mehrere Bäume. Die wachsen also nicht. Ich brauche nämlich auch noch Holz... Ah, okay, stimmt. Ich will ein Holzblock. Und zwei vielleicht, danke. Was alle bekommen. Korrekt. Hier gönnt ihr noch eine. Okay, warte. Wie geht das jetzt nochmal? Ich brauche das O. Ja, genau. So ein Door-Fence. Let's go. Oh, ist das Weißen ready? H6? Weiße? Ne, die müssen... Die müssen... Sieben sein, ne? Stage 7. Glaube ich. Steht bei dieser Stage da? Ja, ja, wenn du F3 drückst, halt. Achso. Wo steht denn das? Ja, links, rechts meine ich. Unten. Ah, H6. Ja, eben. Ich glaube, es muss eben 7 sein. Vermutlich. Wollen wir runtergehen? Ich bin mir noch nicht wieder vollgereckt. Ja, ich habe halt einfach auch kein Essen. Ich habe Essen. Ah, ich bin noch nicht vollgereckt. Ich habe noch 4 Fleisch und 7 Verrottete. Okay. Komm, wir gehen nach unten und feiern. Bisschen Party. Aber wir brauchen Fackel. Wir brauchen Fuckels. Leute, da ist ein Ei geschlüpft. Also ein Huhn. Ein Ei ist geschlüpft. Okay. Das ist ein Eisenschwert. Das nehme ich mit. Ne, das hat mir der Zombie gespendiert. Ehrenmann, Alter. So, ich habe jetzt 2 Stacks Fackeln. Perfekt. 2 Stacks, Alter. Alles klar. Ja, guck hier. Ich habe was für dich. Ich bin schon im Loch. So. Zack. Ich habe auch nochmal so viele Art Fackeln. Nice. Okay, komm. Geh vor. Wieso lässt du mich vorgehen? Wenn ich reinspringe und danach alles explodiert, wenn du reinspringst. Ja, genau. Ich höre schon wieder Party. Oh Gott. Ich sehe auch schon wieder Party. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Du fällst einfach runter. Das war alles geplant. Ich mache jetzt eine kontrollierte Sprengung. Oh Gott. Alter, sind ich da viele? Den Küken hatte ich gar nicht mehr verstanden. Das waren gerade 10 Mal so viele. Ohne Scheiße. Oh mein Gott. Das waren gerade 10 Mal so viele. Safe. Ah, da kommen die auf jeden Fall noch ein paar. Ein paar Dudes and Dudays. Ach du, da ist noch einer. Alter. Oh, Eisen. Oh. Was? Oh Gott, wir müssen ja noch weiter runter. Wir müssen noch tiefer. Wie viel Eisen ist hier gerade, bitte? Ich habe eine Eisenader abgebaut und ich habe einfach... Warte, wie viel Eisen? 14. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Ich bin aber schon fast wieder... Oh, guck mal. Hier kommen schon wieder die Leute hochgerannt. Okay. Die wollen feiern gehen. Der, glaube ich, will auch feiern gehen, oder? Oh ja. Definitiv. Das ist so geil, dass man die immer alle hittet. Das ist wirklich schön. Ja. Boah, du hast mich... Das ist wirklich... Oh Gott. Oh Gott, Alter. Ich springste hier. Oh Gott, der hat mich reingebustet. Die sind alle. Oh mein Gott, ich gehe wieder hoch. Ja, ich bin unten bei dir drin. Hilfe, komm mal runter. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe kein Schild, halt. Das ist mein Problem. Nein, du hast mich in den Zombie geschubbt. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ich weiß. Und schon liegt unser Spiel. Ich bin zack hier da unten. Stimmt, scheiße. Wieso nimmst du die auch um nichts? Weil wir unten ein Hobby holen wollten. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Oh mein Gott. Warte, lass ich zu der Erstretten gehen. Ich renne hier einfach dran vorbei an allen. Oh Gott, hier ist ein Creeper. Auf dem Weg. Die haben alle mein Zeug an, ne? Oh nein, hier ist ein Creeper. Ja, ich weiß. Mittendrin. Ja, schlechte Nachrichten. Oh Gott. Es ist nicht schlau, hier haben wir alles zu triggern. Und dann, oh, ich bin schon wieder tot. Das kann ich doch nicht wahrstellen. Junge, die Creeper waren in unserem Loot. Das ist, was explodiert. Ich glaube, die Diamantspitzhack hat, glaube ich, nicht überlebt. Ich weiß nicht. 50, 50 Chance. Ja. Ich habe... Digga, ich sterbe erst mir gefühlt an Fallschaden. Hier ist ein Zombie mit meiner Eisenrüstung und meinem Eisenschwert und meinem Schild in der Hand. Na cool. Digga, ich will hier nur kurz save. Nur kurz... Alter, sind die... Nein, nein. Zubauen. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Der Zombie hat einfach meine komplette Rüstung, mein Eisenschwert und mein Schild. Wie will ich gegen diesen Zombie vorgehen? Hilfe. Der Zombie macht mich trug mit, Alter. Also, äh, wie... Also, es tut mir so, diese ganze Monster-Situation. Da unten sind so viele Creeper, ne? Ja, nicht nur Creeper. Oh Gott. Vor allem, wenn man einmal hier unten ist, man kommt halt auch nicht mehr hoch, ne? Aua. Man ist halt einfach dann da unten. Was machen wir? Was machen wir hier? Digga. Digga. Also. Das Projekt wird für uns auf jeden Fall sehr schön, den Endertrachen zu turnen. Wir haben nicht mal mehr. Ja, ich habe es wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, ich bin in den Creeper gefallen. Alter, jetzt sind die alle hier oben. Hilfe. Warte mal. Ich bin an Fallschaden gestorben. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Mann, ich wollte an denen vorbeiräten. Das hat nicht geklappt. Ey, es ist auch so... Es ist... Es ist so schlimm, Mann. Alles ist voll. Egal mit was oder mit wem. Nein. Geil. Oh. Ich sag's noch so. Nicht runterspringen. Ich spring runter und der Creeper explodiert. Alter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, aber es stehen halt... Oh Gott, vielleicht ist hier noch eine Zwischenhöhle. Ich bin safe, Fred. Oh, korrekt. Hast du Zeug? Ja, aber leider nur meinen alten Stuff. Ach, Mann. Aber ich weiß nicht, was passiert jetzt, wenn ich hier rausgehe? Oh, das. Wahrscheinlich. Wo geht's nicht weiter runter, Junge? Ah, hier. Da ist ein Eisenschwert. Och, ich bin tot. Mann. Oh, wichtigste Creeper hat mir gerade das Leben gerettet. Hä? Oh Gott. Du bist an Falschschaden gestorben. Ja. In einer Höhe. Ich bin zur Seite, ich sprung mal dein Creeper kam. Da war ein 1-0er-Durchgang und da bin ich erst so einen halben Scheiß. Wie ein freaking Dings, so ein Scheiß-Skelett auch einfach irgendwie drei Herzen Schaden machst. Auch komplett übertrieben, ne? Ich hab ein Schild und ein Brustpanzer. Ich bin gestorben, Mann. Alter. Ich hab Beinschuhe. Ich hab Gold. Ich renne mit dem Zeug einfach so weit wie möglich hoch. Immer wieder. Ja, aber ich komm halt nicht mal mehr hoch. Es gibt keinen Weg mehr irgendwie. Es ist alles weg einfach. Es ist alles weggespringt worden. Junge, wie kann ich die ganzen Sachen von dir? Mike, das können wir uns nicht erlauben. Ja, kämpf du mal schön gegen die Leute da. Oh Gott. Ey, aber ich glaube, wir müssen so vorgehen. Ich glaube, wir müssen erstmal einfach alle Bilder beseitigen. Wie wirst du denn alles beseitigen? Ja, das ist die große Frage. Jeden Creeper, den wir in die Luft jagen, jagt 10% unseres Zeugs in die Luft. Wieso liegt da eine Enderperle? Ja, wahrscheinlich von einem Enderman, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte von einem Schwein. Oh, ich werde schon wieder weggesnippt. Oh Gott, da kommt ein Creeper. Aber man ist auch so schnell tot. Ich hab ein Eisenschwert. Genau so geht es mir auch immer. Man hat ein Eisenschwert, Schild und ein Tod. Lol, das Skelett hat ein Schild? Die können das nicht... Ja, das war das eine Schild eigentlich. Was? Der Zombie hat meine Eisenrüstung angezogen, mein Eisenschwert in die Hand genommen und in die Zweithand mein Schild. Jumel, die nehmen wir uns einfach komplett hops. Ja, der Zombie nimmt uns einfach hops. Der ist aber besser in PvP als du. Ja, wirklich? Und das will ich abwerten. Oh, hier liegt übel viel Zeug. Ich bin safe. Ich hab die ja... Ah, nee, das ist ein Endepirr, scheiße. Ich hab ein Eisenschwert auf jeden Fall und ein bisschen Zeug und ich hab mich eingebaut in einen Stein und hab keine Spitzhacke. Och, nee. Also, ich glaube, langsam bekommen wir die Situation einigermaßen unter Kontrolle. Ja, ich hab auf jeden Fall ein bisschen Zeug jetzt, aber ich kann mich nicht freikramen. Ich find halt nur noch Blöcke und Monster. Oh, nee. Komm mal bitte runter zum Lavasee. Ich hab gerade ein Problem hier so ein bisschen. Ich brauch dich unten am Lavasee. Aus dem Fall hier unten ist ein Creeper und ich bin eingebaut und ich komm hier nicht raus, weil ich keinen Spitzhacke hab. Ja, der Creeper ist jetzt bei mir. Kein Ding. Aua. Boah, wie hab ich das denn überlebt? Ich hab zwei Creeper überlebt. Nein, bitte nicht Skelett. Bitte nicht. Habe warm auch mal. Ich hab's gesehen. Ich bin genau neben dir. Aber ich glaube, langsam haben wir das Ganze ein bisschen gecleared. Alter. Ja, ich hab ne Kiste gefunden. Aua. Was, was? Exist. Tja, was ist mit dir? Richtig Skeletto. Habe mit der Hand. Oh mein Gott, ein Witter-Skelettschädel. Und der ist wichtig. Ich komm jetzt aber nicht mehr raus. Ich hab keinen Block zum Bauen. Ich hab welche. Hier. Ja. Ja, ich brauch über ne Spitzhacke. Ich komm hier sonst nicht raus. Oh, geil. Ein Schwert. Danke. Okay. Alter. Ich brauch was zu essen. Ich hab 29 Fleisch vom Zombie. Oh mein Gott. Die Spitzhacke hab ich aber nicht bisher. Nein. Hier, ich geb dir mal die Steine. Danke. Alter. Kurz. Oh, da war das, wo ich gestorben bin. Also ich bin 1000 Mal gestorben. Oh, da ist noch einer. Da drin könnte doch Loot sein. Hier hab ich mich mal eingebaut. Okay, nee. Schau. Falte den mal. Der ist auf mich aggro. Komm hier. Hey, ist der Du? Oh wow, der hat keine gedroppt. Joa, was hast du jetzt noch so an Loot? Nee, ich hab nicht mehr viel. Aber ich hab immerhin eine Rüstung, die fast Schrott ist. Ich hab, ich hab nur noch einen Schwern und eine Spitzhacke. Das ist das einzige, was noch übrig blieb von mir. Ich hab die Enderperle noch. Und deine Hake hab ich. Ich hab eine Schaufel. Und einen Wassereimer hab ich noch. Aber die nicht abwecken. Ey. Alter. Also das Wichtigste ist weg. Perfekt. Ja. Konnekt. Alter. Das könnte auch sein. Ich bin halt nicht am Omi gestorben. Ich bin weiter oben gestorben. Aber das wurde alles drunter gestorben. Oh nein, das ist in der Creeper. Ich bin so dumm. Ich renne am Reinig. Was ist denn denn? Das ist eigentlich krass. Das sind jetzt wieder Monster hier. Ach, das sind jetzt wieder oben Monster. Oh nee. Och Junge. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, das ist nicht wahr. Als ob jetzt hier oben in der Zeit wieder neue Sachen. Och nein. Das kann... Okay, immerhin nur ein Zombie. Oh nein, der Widder-Skelettschädel. Ist der noch da? Ich hab zwei Enderperlen. Ich hab ihn im Momentar, den Widder-Skelettschädel. Okay. Oh, wollen wir kurz hochgehen zum Schluss hier noch? Wo geht's überhaupt hoch? Ich verstehe... Ah doch, hier hinten glaub ich. Oder? Ja. Irgendwie hier, hier. Verzaubertes Kumpel hab ich auf jeden Fall noch. Keine Ahnung, was das ist, aber Ablinderung 2, okay. Das ist wichtig. Alter. Aber wir brauchen halt mehr Glück. Wir brauchen Glück. Wir bauen jetzt keine Dias mehr ab, bevor wir Glück haben. Wobei, wir haben die Verzauberungstisch. Stimmt. Alter. Ja, was ist denn noch übrig geblieben? Mal gucken wir das Inventar da rein. Mal gucken, was wir haben. Ach, damn, Leute. Ich bin ein bisschen verschossen. Mit Feilen. Okay. Aber ich will jetzt nicht aufgehen. Also, ja, deine Folge machen wir jetzt. Aber ich will jetzt noch nicht aufgehen, weil wir müssen hier... Ich kann mich so nicht geschlagen gehen. Ja, wirklich. Leute. Das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Red vorbei. Schaut in die Playlist. Und supportet das Projekt mal bitte. Für diese Höllenfahrt, die wir hier machen. Auf jeden Fall war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.